Wie sieht die Zukunft aus? Und eines kann ich Ihnen sagen, die Wissenschaft vom Kosmos, die Kosmologie, die hat in den letzten 10, 20 Jahren dramatische Fortschritte gemacht. Viele von Ihnen mögen sich erinnern an den Nobelpreis für Physik aus diesem Jahr. Der wurde nämlich vergeben an drei Physiker, die die Gravitationswellen erstmalig nachgewiesen haben. Aber ein Physik-Nobelpreis, der vielleicht für unseren heutigen Abend und für unser heutiges Thema noch wichtiger ist, das ist ein Nobelpreis, der wurde vor gut 10 Jahren an zwei Physiker vergeben, die den sogenannten Nachhall des Urknalls vermessen haben. Das kosmische Mikrowellen-Hintergrundrauschen, wie die Physiker sagen. Liebe Zuhörer, dieser Nachhall des Urknalls wurde ein Wimpernschlag nach dem Urknall ausgesandt, ist seitdem im Universum unterwegs und wir können ihn heute messen. Und zwar wurden inzwischen drei Generationen von Satelliten hochgeschossen, natürlich im Abstand, weil jeder Satellit war wieder genauer als die Generation vorher. Drei Generationen Satelliten, die dieses Mikrowellen-Hintergrundrauschen, diese Mikrowellen-Hintergrundstrahlung sehr genau vermessen haben. Und das Entscheidende ist, über diese genauen Vermessungen, und deswegen wurde der Nobelpreis vergeben vor 10 Jahren, über diese genauen Messungen wissen wir erstens recht gut, dass das Universum mit einem gigantischen Big Bang, mit einem Urknall begonnen haben muss. Und noch viel interessanter, wir wissen inzwischen, wann das war. Das war vor 13,8 Milliarden Jahren. Liebe Zuhörer, 13,8 Milliarden Jahre ist es her, als der Tag ohne gestern war, als die Zeit auch entstanden ist. Weiß das, wie das Entscheidende ist, wir werden gleich darüber reden. So, und jetzt wollen wir uns mal fragen, was ist denn jetzt überhaupt an Strukturen entstanden? Jetzt haben wir ja so die Bausteine gebaut, wir wissen, welchen Mörtel man genommen hat. Jetzt müssen wir mal fragen, welche Strukturen gibt es. Ich kann nicht so gut schreiben, meine Tafel, deswegen habe ich das einfach mal vorbereitet. Ich habe hier nämlich mal dargestellt, welche sind denn die großen kosmischen Strukturen, mit denen wir begegnen, wenn wir durchs Universum reisen. Und das werden wir ja gleich machen. Da fangen wir natürlich bei uns auf der Erde an. Wir, unsere Erde, das ist ein Planet. Und wir wissen, der Planet, die Erde, der dreht sich um die Sonne. Und die Sonne ist ein ganz normaler Stern. Mittlerer Größe, mittleres Halter, ich habe ja auch schon mal von Halterungen von Sternen gesprochen. Die Sonne ist ein Stern. Also wir sind ein Planet, der um die Sonne kreist und außer uns kreisen noch sieben andere Planeten um die Sonne. Das ist also das erste Sterne, gleich Sonnen, mit ihren Planeten. Da gibt es ja noch Monde. Also einer unserer großen Planeten, der Jürgiter, der hat 60 Monde. Glauben Sie nicht, ein Mond ist was Besonderes. Also die gibt es natürlich auch noch. So, und jetzt haben wir ja viel über die Schwerkraft gesprochen. Und weil die anzieht, weil die uns hier alle so schön auf dem Boden hält, zieht die natürlich auch Sterne an. Das heißt, auch die Sterne, die klumpen sehr leicht zusammen. Die bilden Klumpen und drehen sich dann aber umeinander, damit sie nicht alle ineinander fallen. Die drehen sich, bilden aber solche Klumpen. Und diese Sterne klumpen der Galaxie. Und das geht nun so weiter, wie kann man sich denken. Das war ja alles ganz systematisch, was wir bisher gemacht haben. Die Galaxien klumpen auch wieder zusammen. Und die Galaxienhaufen. Und dann kann man vielleicht noch fragen, wie ist denn das angeordnet im Universum? Großräumig ist das Universum ziemlich gleich, in allen Richtungen. Und trotzdem hat es so eine innere Struktur. Diese ganzen Galaxien und Galaxienhaufen sind nämlich so ein bisschen angeordnet wie Bienenwaben. Das heißt, die bilden sozusagen die Kanten oder die Wände von Bienenwaben. So sind die angeordnet, wenn man sich das anschaut. Da drinnen in den Waben sind riesige Leerräume. Die Engländer sagen dazu Voids. Also das hätte ich hier nur hinschreiben können. Riesige Leerräume sind es auch. Außenrum, wabenförmig, bilden sich Galaxien und Galaxienhaufen. Das sind die großen Strukturelemente des Universums. Und jetzt werden sich aber doch manche von Ihnen fragen, woher wissen wir denn das eigentlich alles? Woher wissen wir denn, was da hinten, ganz hinten, am Ende des Universums los ist? Liebe Zuhörer, wir haben unsere Teleskope. Seit Galilee haben wir die Fernrohre entwickelt. Und heute haben wir nicht nur Fernrohre und Teleskope, Riesenteleskope auf der Erde, sondern die schicken sie auch in den Himmel. Und haben dort ein Teleskop, was also sagenhafte Erkenntnisse gebracht hat. Nämlich das Hubble-Teleskop. Viele von Ihnen werden davon schon mal gehört haben. Liebe Zuhörer, das Licht, das weiteste Licht, die weitest entfernte Galaxie, die das Hubble-Teleskop heute nachweisen kann, dieses Licht war auf seiner Reise 13 Milliarden Jahre. 13 Milliarden Jahre war das Licht unterwegs, um zu uns zu kommen. Und natürlich können wir auch Sterne sehen, die vor 5 Milliarden Jahren oder sonst mal da sein. Das heißt aber, wenn das Licht so lange braucht, was gucken wir? Wir gucken nicht nur in ganz, ganz ferne Welten, sondern wir gucken auch in die Vergangenheit hinein. Wenn also das Licht, also sozusagen die E-Mail des Universums, 13 Milliarden Jahre gebraucht hat, um bei uns zu einem Computer Pluck zu machen, dann wurde sie eben vor 13 Milliarden Jahren abgeschickt. Das ist doch einfach. Das heißt, wir schauen in der Zeit um 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit, maximal. Dazwischen natürlich auch alle Möglichkeiten. Ja, jetzt habe ich Ihnen aber doch vorhin das Alter des Universums gesagt. Sogar zweimal, damit Sie sich das merken. Vielleicht muss ich es mal irgendwo hinschreiben. Es war 13,8 Milliarden Jahre. Das heißt, wir gucken selbst mit diesen optischen Teleskopen, Hubble-Teleskop, in die Kinderstube des Universums. Wir gucken uns das Universum so an, wie es damals, 800 Millionen Jahre nach dem Urknall, das ist ja ganz wenig wahr. Das müssen Sie sich mal vorstellen. So, und durch diese Geschichten, dadurch, dass man auch Entfernungen messen kann, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, dass man Entfernungen misst, über Standard-Supernova-Explosionen zum Beispiel, aber das will ich nur mal kurz nennen. Da gibt es jetzt ganz viel. Kann man das alles bestimmen, Entfernungen bestimmen und man kann auch das Alter bestimmen. So, und jetzt möchte ich noch mal kurz einen Begriff einführen. Wenn das Licht 13 Milliarden Jahre gebraucht hat, um zu uns zu kommen, dann sagen die Physiker, dieses Objekt, was vor 13 Milliarden Jahren das Licht ausgesandt hat, das ist 13 Milliarden Lichtjahre entfernt. Das heißt, die Physiker rechnen mit Lichtjahren. Die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, das ist ein Lichtjahr. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie schnell die Lichtgeschwindigkeit ist. Ich muss immer schnell nochmal nachgucken. 300.000. Wissen Sie es? Ich vergesse es auch immer. Sie vergessen es auch immer, aber ich habe es jetzt drin heute. 300.000. 300.000 und jetzt? 700 Sekunden. Ja, und? Welche? Meter, Zentimeter, Meter? Kilometer. 300.000 Kilometer pro Sekunde, das ist die Lichtgeschwindigkeit. Und hier reden wir über ein Lichtjahr als Entfernung. Das heißt, die Entfernung, die das Licht, was so schnell ist, wie wir es gerade gesagt haben, in einem Jahr zurücktritt. Das müssen Sie nicht merken, weil diese Lichtjahre, die spielen auch in den Filmen dann immer wieder eine Rolle. Vielleicht noch ein ganz kleines Beispiel, wir sind ja nicht in der Schule, aber jetzt fragen wir mal, ja, wie weit ist denn die Sonne in diesem Maß von uns entfernt? Acht Minuten. So ist es. Acht Lichtminuten. Und das hat einen ganz interessanten Effekt. Stellen Sie sich vor, Sie liegen am Strand, wo auch immer, schön im Mittelmeer, und der Sonne passiert was. Die explodiert oder was auch immer. Da können Sie noch acht Minuten weiterlesen oder das Wasser genießen oder noch reinspringen, damit es vielleicht ein bisschen kühler bleibt. Da erfahren wir zunächst mal nichts davon. Erst acht Minuten später würden wir selbst eine große Katastrophe der Sonne hier auf der Erde erfahren. Manchmal klar. Den weitesten Sternen, den wir so am Sternenhimmel sehen, die weitesten färten Sterne, tausend Lichtjahre. Das heißt, wir gucken einfach so mit den Augen tausend Jahre in die Vergangenheit. So, jetzt haben wir aber eben in die Kinderstube des Universums schon geguckt. Habe ich Ihnen ja erzählt, nämlich 13 Milliarden Jahre. Jetzt müssen wir dann doch mal fragen, ja, wie hat alles angegangen? Liebe Zuhörer, das muss ein Tag gewesen sein. Da muss der Schöpfer richtig gut drauf gewesen sein. Einer urgewaltigen kosmischen Expansion, ich sage Expansion, mit einer urgewaltigen kosmischen Expansion von Raum, von Zeit und von Energie. Beginnend mit einem unvorstellbar kleinen Punkt, unvorstellbar hohe Energie, Temperatur, Dichte, die Physiker nennen das eine Singularität, mit so, aus so einem Punkt hat sich das Universum entwickelt. Rasenschnell hat sich der Raum ausgewählt. Und zwar ist der Raum entstanden. Das Universum ist nicht in einen Raum hinein explodiert, sondern es hat Raum geschaffen. Deswegen konnte es sich sowieso nur so schnell, nämlich viel schneller als Lichtgeschwindigkeit ausdehnen. Das ist nicht rein explodiert. Es wurde Raum geschaffen. Rasend schnell, sodass nach einer Mikrosekunde dieses neue Universum schon die Größe unserer Milchstraße hat. Mikrosekunde. Nach einer Minute waren die Elementarteilchen entstanden. Protonen, Neutronen, Elektronen. Und dann dauerte es noch zwei weitere Minuten, bis die sich so weit rangiert hatten, dass sie klar waren, 75% des neuen Universums sind Wasserstoffkerne und 25% sind Helionkerne. Mehr war nicht entstanden. Aber die zwei Minuten kamen noch ausgeweicht, um einen Teil des Wasserstoffs in Helion zu fusionieren. Dann wurde es, erbreichte die Energie nicht mehr aus und dann war erst mal Schluss. So, die Versum bestand aus diesen beiden Atomsorgen. Drei Minuten nach dem Anfang. Ja, jetzt haben wir ja also von diesen Atomen als neutralen Gebilden gesprochen. Das ist am Anfang noch nicht möglich gewesen. Nach drei Minuten war das noch so heiß. Natürlich haben die Helionkerne versucht, zwei Elektronen einzufangen auf eine Bahn. Aber dann sind sie zusammengestoßen mit einem anderen Teilchen und die Stoßenergie war so groß, da flogen sofort die Elektronen wieder raus. Das heißt, es war eben nicht möglich, die Elektronen einzufangen. Das Universum war unheimlich heiß, dehnte sich weiter aus und diesen Zustand, den man da hat, also nur Kerne und freie Elektronen, das nehmen die Physiker Plasma und das ging 380.000 Jahre so. 380.000 Jahre, das ist ein Wimpernschlag. Also wir sprechen insgesamt über 13,8 Meter. Aber nach 380.000 Jahren war das Universum so weit aufgebläht und die Temperatur so weit gesunken, das war nur eine Rot-Glühung, so dunkler als die Sonne, 3000 Kelvin war es etwa heiß, da reichte die Stoßkraft der Kerne, wenn die zusammenstießen, nicht mehr aus, um Elektronen wieder rauszuschlagen. Das heißt, die Kerne fingen alle an und zwar alle gleichzeitig und ganz schnell, Wasserstoffkern, sich ein Elektron einzufangen, Helium, zwei Elektronen und es entstand plötzlich neutrale Materie. Und das hatte eine ganz, ganz deutliche, eine ganz, ganz wichtige Folge für uns. In dem Moment, wo neutrale Atome entstanden waren, 380.000 Jahre nach dem Urknall, da konnte das Licht plötzlich quer durch das Universum gehen. Vorher, als die Elektronen noch frei waren, da stießen die Lichtteilchen, die Photonen noch mit Elektronen zusammen, die konnten sich nicht frei ausbreiten. Aber dort, 380.000 Jahre nach dem Urknall, plötzlich, das Universum wird durchsichtig, Licht breitet sich aus. Tja, und das ist das, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, das ist die kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung. Die wurde dort an jenem Punkt, 380.000 Jahre nach dem Urknall, gebildet. Und seitdem breitet sie sich im Universum aus, ich habe erzählt, das waren damals 3.000 Kelvin, also rot gewinnt, auch die Strahlung war so, aber da das Universum sich ausgedehnt hat, ist die Wellenlänge immer länger geworden, immer länger geworden, und heute sind das Mikrowellen. Mikrowellen-Hintergrundstrahlung. 380.000 Jahre nach dem Urknall. Und diese Strahlung, meinen Sie nicht, die können wir gar nicht messen oder sehen oder was? Erstmal umgibt sie uns ja alle, und zweitens können wir sie eigentlich auch alle sehen. Denken Sie mal so an Ihre alten Flimmerkisten, so 80er Jahre. Da hatten wir oben eine Dachantenne da drauf, die das Fernsehprogramm empfing, und nachts haben die Sender einfach das Programm abgestellt. Wir saßen also echt vor Flimmerkisten, 5% von den Flimmern im Fernseher Mikrowellen-Hintergrundrauschen. 5%. Weil unsere Fernseher sind Mikrowellen-Verstärker, nichts anderes. Und wenn die nichts kriegen an Programm, dann machen wir eben auf Sendung Mikrowellen-Hintergrundrauschen. 5%. Ja, jetzt sollten wir uns das vielleicht doch nochmal anschauen. Dies ist die Theorie des Urknalls. Mit einer einzigen Explosion begann alles. Aus einem Pünktchen unvorstellbar kleiner als ein Atom entstanden Materie, Raum und Zeit. Es ist unendlich heiß. In der ersten Mikrosekunde expandiert das Universum bis zur Größe einer Galaxis. Es ist eine Suppe aus Partikeln, die wächst und wächst. Es ist so heiß, dass Energie spontan Materie und Antimaterie erzeugt. Sie vernichten sich gegenseitig und das Spiel beginnt von Neuem. Materie siegt in einem Fall von Milliarden. Doch allmählich beherrscht die Materie unser Universum. Protonen, Neutronen, Elektronen. Eine Sekunde ist das Universum jetzt alt. Es ist undurchsichtig. Man kann nichts erkennen. Physiker versuchen, den Zustand zu rekonstruieren. In dieser expandierenden Suppe brodeln die subatomaren Teilchen. Die ersten Atome entstehen. Drei Minuten nach dem Urknall bilden sich die ersten chemischen Elemente. Kohlenstoff, Helium und Spuren von Lithium. Für 300.000 Jahre ist der Kosmos ähnlich einem kochenden Dampfkessel. Doch mit der Ausdehnung fallen die Temperaturen. Das Universum wird durchsichtiger. Zum ersten Mal jagen Licht und andere Strahlungen durch das All. Wie ging es denn dann jetzt weiter? Das Universum war rotglühend, habe ich gesagt. War natürlich schon riesig geworden. Es war plötzlich durchsichtig. Und jetzt wurde das natürlich immer kälter, immer kälter. Kann man sich vorstellen. Rotglühend war es nicht mehr lange. Und wir sprechen jetzt nicht mehr über Tausende von Jahren, sondern wir sprechen jetzt über Zeiträume von 200 Millionen Jahren. Das passierte nämlich nicht viel. Das sogenannte dunkle Zeitalter begann. Ich muss Ihnen nachher vielleicht nochmal alle dunklen Worte aufschreiben, die ich so habe. Also wir hatten bisher dunkle Materie. Dunkle Energie habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und jetzt fängt das dunkle Zeitalter an. Was war aber im Universum? Es passierte nicht viel, aber es war ja jede Menge Wasserstoff und Helium da. Die Wolken bildeten, weil natürlich auch Wasserstoff und Helium sich anzog. Und es war dunkle Materie da. Dieses fünfmal so viel schwerkraftmäßige dunkle Materie. Immer da, wo ein bisschen mehr Materie sich zusammenfand, wo kleine Dichtunterschiede waren, da zogen sich allmählich die Wasserstoffwolken, die Heliumwolken zusammen. Aufgrund der Schwerkraft. Und was passiert, wenn sich Gase zusammenziehen? Die werden heiß. Das kennen Sie von der Luftpumpe, wenn Sie am Fahrrad unten aufpumpen, richtig kräftig und dann ans Ventil fassen, da wird es richtig heiß, weil sie Gas zusammenkommt. Das heißt, diese Gaswolken verdichten sich immer mehr, werden im Inneren immer heißer, immer heißer. Und irgendwann, irgendwann ist der Punkt erreicht, da sind Sie so nah zusammen, da passiert etwas Dramatisches. Da passiert, da fangen die an, die sogenannte Kernfusion zu machen. Kernfusion, das heißt, vier Wasserstoffkerne sind so eng zusammen, energetisch, dass sie einen Heliumkern bilden. Das kann eigentlich sein, denn die sind ja, wäre dann vierfach positiv geladen. Also das sind zwei positive Ladungen rausfliegen, das tun sie auch, das sind Positronen und es fängt plötzlich an, eine Kernfusion. Das heißt, der Wasserstoff, der im Universum ist und der jetzt aufgeheizt wurde, durch die sich zusammenziehenden und erhitzenden Wolken, der fusionierte zu Helium. Wir Menschen machen ja immer gern alles nach. Wir haben das auch versucht. Haben es auch geschafft. Aber was kann ich fürchten, wie das ist entstanden? Ich frage Sie jetzt mal, was ist denn da entstanden? Was beruht denn, welcher Prozess beruht denn auf Kernfusionen, auf Wasserstofffusionen? Weiß es einer? Eine Bombe. Aber jetzt die richtige, welche Bombe? Eine Wasserstoffbombe. Liebe Zuhörer, die Wasserstoffbombe ist nichts anderes als das. Also der Prozess, der dann nach dem dunklen Zeitalter, 200 Millionen Jahre nach dem Urknall begann. Das heißt, in den Gaswolken zündete die Kernfusion. Wow, der erste Stern zündete. Und nicht nur an einer Stelle, sondern überall waren natürlich inzwischen im Universum Gaswolken so weit aufgeheizt, hatten sich zusammengezogen, dass neue Sterne zündeten. Fiat Lux, es werde Licht. Überall neue Sterne. Ein wunderbares Feuerwerk. Liebe Zuhörer, wenn mich einer fragen würde, wann würde ich denn mal am liebsten während der Entwicklung des Universums dabei sein, zuschauen? Das wäre der Zeitpunkt gewesen. Überall Flammen, neue Sterne auf. Ein glitzend gleißendes Schauspiel. 200 Millionen Jahre nach dem Urknall. Eben waren wir da, hat 80.000 Jahre. Jetzt sind wir 200 Millionen Jahre danach. Wir machen später nochmal ein bisschen diese Zeitreinfolge, die mache ich Ihnen nochmal ein bisschen deutlich. Müssen Sie sich nicht alles merken. Ja, glitzend gleißendes Schauspiel. So, und jetzt passiert dann natürlich Folgendes. Auch die Sterne, dort wo sie so ein bisschen dichter gepackt waren als nebenan, da zogen die sich wieder zusammen und bildeten Haufen. Viele Haufen. Immer da, wo die Dichte von Sternen ein bisschen größer war, bildeten sie Sternenhaufen und das sind Galaxien. Selbstverständlich. Die Schwerkraft zieht immer da zusammen, wo ein bisschen mehr Materie ist. Und die Sterne sind natürlich nicht gleich verteilt im Unimals. Manche sind ein bisschen näher, manche ein bisschen, andere Gruppe ist ein bisschen entfernter. Und da ziehen sich immer die zusammen, die jeweils am nächsten. Ja, Galaxien bilden sich. So, und auch unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, hat sich 300 Millionen Jahre nach dem Urknall gebildet. Das wissen wir heute. So alte Sterne gibt es. In der Heimatgalaxie. Das war natürlich noch nicht die Milchstraße von heute. Das war der Vorläufer. Aber auch wir, unsere große Heimat, unsere Milchstraße, ist zu der Zeit entstanden. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das Welthaumteleskop Hubble. Mit seiner Hilfe versuchen Wissenschaftler, den Ursprung unseres Universums zu ergründen. Hubble sieht nicht nur Milliarden von Galaxien und Sternenhaufen, sondern auch Bereiche, die gänzlich schwarz zu sein scheinen. Sieht man sich die dunklen Bereiche zwischen den vielen leuchtenden Galaxien genauer an, so entdeckt man hier sehr kleine, schwache Punkte. Die Wissenschaftler zoomen näher heran. Könnten dort auch Galaxien oder Sterne sein? In der Tat. Was Hubble sieht, ist das ultraviolette Licht von Sternenhaufen, die vor 13 Milliarden Jahren entstanden sind, in der Frühzeit des Universums. Noch nie konnten wir Menschen mit einem Teleskop so tief in den Kosmos und so weit zurück in die Zeit blicken. In die Entstehungszeit des Universums. Doch wie sind die Galaxien überhaupt entstanden? Was passierte in der ersten Milliarde von Jahren nach dem Urknall? Am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik versuchen Forscher, die Vorgänge im frühen Universum zu simulieren. 50 Millionen Jahre nach dem Urknall ist das Universum erfüllt von riesigen Gaswolken, die fast nur aus reinem Wasserstoff bestehen. Die Temperaturen betragen 100 Grad Kelvin oder minus 173 Grad Celsius. Es ist eiskalt. Während sich das Universum und damit auch die Gaswolke immer weiter ausdehnen, gibt es eine andere Kraft, die dem entgegenwirkt. Die Massenanziehung der dunklen Materie. Durch diese Kraft zieht sich das Gas zusammen und verdichtet sich. Kleine Unregelmäßigkeiten in der Verteilung der Materie haben dabei eine große Wirkung. An diesen Stellen ballt sich die Materie besonders stark zusammen. Es bilden sich Klumpen, die weißen und gelben Punkte in der Simulation, aus denen im Laufe von Millionen Jahren die ersten Sterne entstehen. Das Wasserstoffgas wird über 10.000 Kelvin heiß. Die Ursache dieser plötzlichen Hitzewallung liegt in der Sternentstehung. Denn die Klumpen aus Wasserstoffgas verdichten sich durch die zunehmenden Gravitationskräfte und heizen sich auf. Wächst die Hitze auf einige Millionen Kelvin an, zündet im Inneren des werdenden Sterns ein Feuer, die Kernfusion. Aus Wasserstoffatomen entsteht in mehreren Schritten ein neues Element, Helium. So bilden sich aus Gaswolken die ersten Sterne und aus den Sternen langsam Galaxien. Dieser Vorgang dauert Jahrmillionen. Jeder der gelben Punkte entspricht dabei einem Sternenhaufen, der über tausendmal so schwer ist wie unsere Sonne. Die Haufen sind umgeben von unterschiedlich heißen Gaswolken, hier in verschiedenen Farben dargestellt. In diesen Babygalaxien entstehen durch die Explosion massereicher Sterne nicht nur Helium, sondern auch schwerere Elemente wie Nickel oder Eisen. Das Stichwort schon gehört, schwerere Elemente entstehen ganz allmählich durch die Explosion dieser großen Sterne, die an ihr Lebensende kommen. Das Universum entwickelt sich weiter, heute ein Prozent schwererer Elemente. Und für uns passierte nichts Dramatisches dann. Also nahezu neun Milliarden Jahre passierte nichts Dramatisches. Dann wurde es aber für uns wieder wichtig. Dann plötzlich zog sich in einer eigentlich ruhigen Zone der Milchstraße, in einer der Spiralarme, so ein bisschen dazwischen, wo nicht viel Ruß war, da zog sich eine Gaswolke allmählich zusammen, wurde immer heißer, wir haben das ja gesehen, irgendwann zündete diese Kernfusion, ein Stern zündete, das war unsere Sonne. Und gleichzeitig waren natürlich, wir sind jetzt vor 4,5 Milliarden Jahren, wir sind neun Milliarden Jahre nach dem Ohrknall, gleichzeitig war natürlich um die Sonne rum noch viel weitere Materie da, und das war jetzt nicht nur Wasserstoff und Helium, sondern da waren jetzt natürlich schon höhere Elemente entstanden, da war Staub entstanden, und überall da, wo um diese neu entstandene Sonne herum Staubwolken etwas dichter waren, zogen sie sich auch wieder zusammen. und das bildete sich sozusagen gleichzeitig mit der Sonne, es bildeten sich Planeten. Bei unserer Sonne acht Planeten, immer da, wo Materie ein bisschen dicker ist, da bildet sich was. Acht Planeten. Und das Besondere ist natürlich, da hat sich dann ein Planet gebildet, das ist der dritte von der Sonne aus gesehen. Der hatte plötzlich eine Temperatur, das Wasser flüssig war. Der hatte eine Temperatur, die gerade so zwischen 0 und 100 Grad war. Unsere Erde, flüssiges Wasser. Alle anderen Sterne sind entweder zu heiß, oder sie sind zu weit weg und zu kalt, da friert das Wasser, da passiert nicht viel, aber flüssiges Wasser, das ist die Grundvoraussetzung für den. Vor 4,5 Milliarden Jahren ist das Sonnensystem entstanden, und es hat nur gute 500 Millionen Jahre noch gedauert, da waren die aller, allerersten Lebensspuren auf der Erde vorhanden. Erstes, ganz einfaches Leben, ganz einfache Zellen. Und dann entwickelten sich diese Einzeller wieder über Jahrmilliarden, bis etwas ganz Dramatisches wieder passierte für uns. Zellen taten sich zusammen, sagten, Mensch, zusammen lebt sich doch viel besser, als wenn ich als Einzeller da unterwegs bin. Es bildeten sich Vielzeller, und vor 500 Millionen Jahren, da waren sogar die ersten komplexen Vielzeller Wirbeltiere entstanden. Wirbeltiere, also Tiere, die hier so eine schöne Wirbelsäule haben. Die Fische. Es geschah alles im Wasser. Vor 500 Millionen Jahren. Die ersten Wirbeltiere. Vor 400 Millionen Jahren kamen die Tiere auf die Idee, warum müssen wir eigentlich hier im Wasser unsere Nahrung suchen? Vielleicht gibt es auf dem Land ja auch was zu entdecken. Und dann hat allmählich das Leben das Land erobert. Merken Sie sich nicht die Zahlen, aber so als Größenordner. Vor 200 Millionen Jahren waren plötzlich Lebewesen entstanden. Die hatten was Tolles entdeckt. Die lichten nämlich keine Eier mehr, wie alle bisherigen Lebewesen. Sondern die ließen ihren Nachwuchs im Bauch groß werden, mussten sie dann säugen. Es waren die ersten Säugetiere entstanden. Vor 200 Millionen Jahren. Tja, die hatten nur keine Chance, keine große. Die mussten nachts, waren sehr nachtaktiv, oder unter der Erde. Da waren nämlich die ganz großen Herrscher zu jener Zeit, das waren die Dinosaurier, Reptilien, wurden immer größer, wurden zu den absoluten Herrschern dieser Erde. Es musste nochmal ein ganz dramatisches Ereignis passieren, zufällig passieren, nämlich vor 60 Millionen Jahren schlug in den Golf von Mexiko ein riesiger Meteorit rein. Dieser Meteorit, der war so mächtig, es wurde so viel Staub, so viel Gestein aus diesem Einschlag heraus in die Atmosphäre befördert, dass für Jahre, Jahrzehnte das Klima, die Atmosphäre dunkel wurde, der Himmel dunkel wurde, das Klima kalt wurde, keine Sonnenstrahlung oder nur noch wenige Sonnenstrahlung durchkamen. Und das war natürlich dramatisch für die großen Dinosaurier. Die waren inzwischen so groß geworden, die mussten fast 24 Stunden fressen, zumindest die Vegetarier unter ihnen, damit sie das überhaupt noch bewältigen konnten, ihren Riesenkörpern. Also das hat nicht lange gedauert, wenige 10.000 Jahre. Da waren die Dinosaurier ausgestorben. Liebe Zuhörer, wow, das war der Startschuss für die Säugetiere. Fast 150 Millionen Jahre hatten sie schon dahin gefleucht, aber hatten nie so richtig Fuß auf die Erde bekommen. Nachts oder unter der Erde. Kleingeblieben, die Mäuse. Plötzlich schlug die Stunde der Säugetiere. Vor 60 Millionen Jahren. Und das ging dann rasant weiter. Vor 7 Millionen Jahren hatten die Schimpansen, das sind eigentlich unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, vor 7 Millionen Jahren hatten die Schimpansen und wir, den letzten Großvater, den letzten Gemeinsam, haben wir uns getrennt. Ja, die letzten 1 bis 2 Millionen Jahre ist die Menschheit entstanden, so wie wir sie heute kennen. Vor 100.000 Jahren, jetzt sind wir schon ganz schön weit hier in der Gegenwart, vor 100.000 Jahren kamen dann die Menschen in Afrika, nämlich der moderne Mensch, der Homo sapiens sapiens, wird er heute oft genannt, der moderne Mensch, der ist in Afrika entstanden, der kam auf die Idee, sich allmählich mal die Welt zu erobern. Der wanderte aus Afrika aus, weil auch die klimatischen Gegebenheiten sehr günstig waren. Der hat dann auch vor 70.000 Jahren allmählich Europa infiltriert. Ja, das wurde dann aber für die Neandertaler, das war nämlich eine andere Menschenart, die bis dahin noch existierte, wurde das dann aber zum dramatischen Ende. Die starben dann über die nächsten 10.000 Jahre aus, also vor 35.000 Jahren ist der letzte Neandertaler ausgestorben, womöglich durch die modernen Menschen ausgerottet worden, gab dann keine Neandertaler mehr, ja, und wir wissen, was dann so etwa passierte. Oder irgendwann das Handy entdeckt. Und seitdem gucken wir nur noch da drauf. Also, der moderne Mensch, wie er heute da ist, das ist unsere ganze Geschichte jetzt mal so in ganz großen Zügen. Wir haben jetzt heute so viele Jahreszahlen, Zeithorizonte, Milliarden, Millionen, 380.000 gehört, da verliert man natürlich den Überblick. Ich habe auch lange überlegt, ob ich die Zahlen immer nennen soll, aber vielleicht so ein bisschen dienen sie ja zur Orientierung. Jetzt machen wir mal diese Übung, dass wir sagen, Universum in 24 Stunden. Die gesamte Entwicklung bis heute. Also, um 0 Uhr bei der Urknall, so richtig schöner Big Bang, Zauber, ist ja eigentlich auch Silvester, also, naja, nehmen wir den 31. Der für Silvester, genau das ist die richtige Geschichte hier. 0 Uhr Urknall. Nun schauen Sie mal, der Nachheil des Urknalls, dieser Nobelpreis von vor 10 Jahren, wo die Forscher diese Mikrowellen-Hintergrundrauschen vermessen haben und deswegen so gute Informationen heute haben, über wann das überhaupt stattgefunden hat und dass es so stattgefunden hat. Das war drei Sekunden danach. Ne, drei Sekunden. So. Ja, dann hat es auch nicht mehr so ganz lange gedauert. Haben wir ja schön besprochen auch, 200 Millionen Jahre etwa. Da waren die ersten Sterne entstanden. Erinnern Sie sich noch, die Gaswolken schwirrten im dunklen Zeitalter. Das war das dunkle Zeitalter. Die Gaswolken schwirrten rum, verdichteten sich ein wenig und bildeten dann irgendwann, sehr heiß genug waren, neue Sterne. Also, die ersten Sterne entstehen, dauerte noch mal 10 Minuten, da waren dann die ersten Galaxien da. Sterne sind irgendwie so kumpelhaft. Die bilden da einen Haufen. Die sagen, komm, noch ein paar dazu und wir bilden eine Galaxie. 0.30 Uhr war da schon alles passiert. Ja, dann passierte eigentlich, das passierte natürlich viel im Universum. Das hat uns kaum zu interessieren, weil es zu unserer Existenz wenig beiträgt. Aber dann ging es irgendwann, so nach einem Kaffee, da ging es dann wieder richtig los. 16 Uhr, das Sonnensystem entsteht. Und wie ich gesagt habe, immer derselbe Prozess. Gaswolke zieht sich aufgrund der Schwerkraft zusammen, wird innen immer heißer, irgendwann zündet die Kernfusion. Die Wasserstoffbombe, irgendwann zündet die und all der Staub und das Gas, was drumherum ist, was nicht zur Bildung des Sterns taugt, das zieht sich zusammen zu Planeten. Also das Sonnensystem mit den acht Planeten ist entstanden. Ja, dann ist es interessant, es hat gar nicht so sehr lange gedauert, aber nur auf einem der Planeten, nämlich der Planet, der flüssiges Wasser hatte. Auf diesem Planeten, soweit wir heute wissen, auf diesem Planeten war das allererste Ebenen entstanden. Einzellig, ganz, ganz einfach. So, dann entwickelte sich das Leben weiter, ganz, ganz lange im Wasser, immer noch im Wasser, alles im Wasser, weitgehend einzellig, bis dann um 23 Uhr, die Wirbeltiere auf die Bühne des Lebens tragen. Wirbeltiere, also auch Fische, das war alles noch im Wasser. Jetzt habe ich ausgelassen, den Landgang, der war irgendwann dazwischen, aber 23 Uhr 40, also dazwischen sind dann die Tiere und die Pflanzen, haben das Land erobert, 23 Uhr 40 waren die ersten solche Tiere da. So kleine graue Mäuse, also wir waren nicht allzu viel, wir hatten auch nichts zu melden, weil die riesen Dinosaurier, die inzwischen entstanden waren, die haben gesagt, wo es lang geht. Kennt man ja aus der Finanzwelt, oder aus der Politik auch, da gibt es ja immer solche. Ja, aber es kam die Stunde, nämlich um 23 Uhr 54 schlug dieser Komet im Golf von Mexiko ein, 60 Millionen Jahre ist das her, schlug dort ein, brachte so viel Staub in die Atmosphäre, dass die Sonne nicht mehr durchkam, die Pflanzen starben und das war schon abzusehen, die Dinos halten das auch nicht lange aus. Die sterben und das war dann die Geburtsstunde, und sozusagen die Sternstunde der Säugetiere. Ja, und dann ging das weiter. Sechs Sekunden vor Mitternacht, sechs Sekunden, entsteht der moderne Mensch, der modernere, eine Million Jahre sind wir immer noch weg. Sechs Sekunden vor Mitternacht. Eine hundertste Sekunde vor Mitternacht tritt Jesus Christus auf. Wer sind wir denn in unserer Zeit? Eine hundertste Sekunde, können wir ja gar nicht irgendwie machen, Tick, das ist ja schon eine Sekunde. Also eine hundertste kriegen wir nicht hin. Das wäre die Entwicklung des Universums, wenn sie in 24 Stunden stattgefunden hätte. Jetzt haben wir also die ganze Vergangenheit beguckt. Da haben wir so nochmal stehen, auf einen Schlag. Jetzt müssen wir uns fragen, wie ging es denn weiter? Wie geht es denn weiter? Nicht, wie ging es weiter? Jetzt sind wir in der Zukunft. In zwei Milliarden Jahren, da sprechen wir nicht mehr von ein oder zwei oder drei Grad Erwärmung, da wird es allmählich richtig heiß auf der Erde. Es wird im Laufe der folgenden Milliarden Jahre so heiß, dass die Ozeane verdampfen, die Atmosphäre, die wird ins Weltall hinaus gepustet durch diese Hitze. Jedwedes Leben wird unmöglich auf der Erde. Was passiert denn da? Liebe Zuhörer, klar, die Sonne hält uns hier am Leben, die Sonne macht unser Klima, aber die Sonne lebt nicht ewig. Wir haben ja vorhin schon gesagt, viereinhalb Milliarden Jahre ist das Sonnensystem alt. Und unsere Sonne wird etwa, naja, noch fünf, sechs, sieben Milliarden Jahre leben, aber dann passiert allmählich Folgendes. Der innere Ofen der Sonne, der Heizofen, nämlich der Kernfusionsofen, der Wasserstoff zur Helium fusioniert und dabei Energie erzeugt, der geht irgendwann aus. Denn irgendwann ist kein Wasserstoffmetter. Alles verbrannt. Das ist so ein paar Milliarden Jahre der Fall. Ja, was passiert dann mit der Sonne? Im Inneren geht der Ofen quasi aus. Da ist kein Wasserstoff mehr, der zu Helium fusioniert werden kann. Jetzt ist natürlich in den äußeren Schalen noch Wasserstoff da. Und das heißt, die Fusion, die Kernfusion verlagert sich in die äußeren Schalen. Dort wird noch Wasserstoff zu Helium fusioniert. Das heißt, die Sonne heizt sich auf. Die äußeren Schalen der Sonne, der äußere Bereich der Sonne wird immer heißer. Und wenn so ein Gasball, die Sonne, diesen Gasball heiß wird, dann dehnt er sich aus. Der dehnt sich so weit aus, dass er zunächst den innersten Planeten, den Merkur, schluckt. Und dann dehnt er sich weiter aus und schluckt auch die Venus. So weit, so groß wird unsere Sonne. Und dann haben die Astrophysiker lange gerechnet, ob denn die Erde auch dran ist. Inzwischen sind wir der Meinung, ja, auch die Erde wird noch gerade so von der sich aufblähenden Sonne verschluckt. Und diese Riesensonne, die sich da, die da entsteht, durch das Schalenbrennen und durch das Zorneigegehen von Wasserstoff, das nennt man einen roten Riesen. Das heißt, unsere Sonne, die schöne Sonne, wird zu einem roten Riesen. Der Durchmesser ist hundertmal so groß wie die heutige Sonne. Auf hundertfache Größe wächst diese Sonne an. Und dann wird sie irgendwann instabil. Denn irgendwann ist in den Schalen auch der Wasserstoffvorrat weitestgehend verbraucht. Sie wird instabil, sie fängt an zu pulsieren. Und wenn sie dann am Ende ist, dann stößt sie mit einem Riesen-Crash, stößt sie die äußeren Schichten ab von diesem roten Riesen. Und das Innere bricht in sich zusammen. Und das Innere bildet einen sogenannten weißen Zwerg. Dieser weiße Zwerg, das ist das Ende von der Sonne, das ist die Sonnenleiche, die dann übrig bleibt. In 7 Milliarden, 6, 7 Milliarden Jahren. Dieser weiße Zwerg, der ist so dicht gepackt, da ist immer noch 80% der Sonnenmasse drin. 20% hat sie weggestoßen. Aber da sind noch 80% drin. Und jetzt ist es interessant, wie groß ist so ein weißer Zwerg, sozusagen die Sonnenleiche. Wie groß? So groß wie heute die Erde ist. Das heißt, 80% der Sonne sind komprimiert in eine Kugel, die so groß wie die Erde ist. Jetzt will ich Ihnen doch schnell noch mal sagen, wie viel mal größer ist denn die Sonne als die Erde. Wie viele Massen, wie viele Erdmassen heute müssen wir nehmen, damit wir die Sonne zusammenkriegen. Die Sonne hat 330.000 Mal so viel Masse wie die Erde. 330.000 Mal. Unheimlich viel. Von dem bleibt dann 80% übrig, sagen wir mal, es sind 260.000 Erdmassen, die übrig bleiben, die werden auf eine Erde komprimiert. So, das ist also die Entwicklung des Sonnensystems. Und das gucken wir uns jetzt erst mal an und dann geht es noch ein klein bisschen weiter. In jeder Sekunde wandelt die Sonne 600 Millionen Tonnen des Wasserstoffs in Helium um. Trotz dieser großen Mengen reicht der Wasserstoffvorrat aber für einen Zeitraum von ca. 10 bis 11 Milliarden Jahren. Während dieser Zeit sammelt sich das Helium im Kern an. Dort läuft die Kernschmelzung ab. Dort sitzt das Kraftwerk, das die Sonne über den gesamten Zeitraum strahlen lässt. Wenn der Wasserstoff dann zu Ende geht, vereppen die Fusionsprozesse. Der Kern ist jetzt zur Gänze in Helium umgewandelt und enthält keinen Wasserstoff mehr, der fusioniert werden kann. Wasserstoff gibt es aber noch in den äußeren Schichten, wohin sich die Prozesse nun verlagern. Wie eine Schale umschließt die Zone des sogenannten Wasserstoffbrennens die Kernregion, weshalb es auch Schalenbrennen genannt wird. Diese Vorgänge stören das Gleichgewicht zwischen dem Gas und Strahlungsdruck einerseits und der Schwerkraft andererseits. Ein Gleichgewicht, das die Sonne über 10 Milliarden Jahre lang stabil gehalten hat. Jetzt tritt sie in eine neue Phase, in der sich ihr Erscheinungsbild dramatisch verändern wird. Da sich Gas und Strahlungsdruck erhöhen, werden die oberen Materieschichten nach außen getrieben. Die Sonne beginnt sich aufzublähen. Sie verschluckt die zwei inneren Planeten. Zuerst Merkur, dann die Venus. Die Sonne verändert ihre Farbe in ein tiefes Rot. Denn durch die Expansion kühlt die Temperatur an der Oberfläche um etwa 3000 Grad ab. Die Erde ist nun der nächste Planet. Sie wird den Wandel der Sonne ebenfalls nicht schadlos überstehen. Da ihr die Sonnenoberfläche immer näher kommt, erwärmt sie sich langsam. Ihre Atmosphäre verglüht ins All. Die Ozeane verdampfen. Jegliches Leben erlischt. Aus unserem blauen Planeten wird ein glühender Materie klumpen. Aufgeheizt auf mehrere tausend Kelvin. Heiß wie Lava. Die Sonne hat sich in der Zwischenzeit bis zur Erdumlaufbahn ausgedehnt. Über einen Zeitraum von 500 Millionen Jahren ist sie auf das 100-fache ihrer ursprünglichen Größe angewachsen. Aus einem durchschnittlich großen Himmelskörper ist ein Riesenstern geworden. Ein roter Riese. Was von unserem Heimatplaneten noch übrig ist, wird von den enormen Energien bald zur Gänze zerstört sein. Der rote Riese beginnt immer heftiger zu pulsieren. Chemische und physikalische Prozesse verändern die Eigenschaften seiner Materie. Dadurch dringt einmal mehr Strahlung nach außen und der Stern bläht sich auf, gefolgt von einer Periode mit geringerer Strahlung, während der der Stern schrumpft. Die Bewegungen werden so heftig, dass Materie ins All geschleudert wird. Hier das Bild eines Sterns in einer späteren Phase. Jede dieser konzentrischen Kreise ist in Wirklichkeit eine Schale, die durch seine Pulsbewegungen abgeworfen wurde und den Stern umhüllt. Dies geht mehrere Millionen Jahre lang, bis er in einer nächsten Phase äußeren Materieschichten durch einen noch heftigeren Sternenwind komplett abwirft. Übrig bleibt der Heliumkern. Sehr heiß und klein wie ein Planet. Seine Bezeichnung Weißer Zwerg. Dieser Stern hat die letzte Phase in seinem Lebenszyklus erreicht. Unsere Sonne wird diesen Wandel zum roten Riesen und danach zum weißen Zwerg nach heutiger Schätzung erst in etwa sieben Milliarden Jahren durchlaufen. Eine Entwicklung die wir bei anderen Sternen schon heute beobachten können. Ja das ist das Leben und das Sterben letztlich unserer Sonne. Und jetzt können Sie sich auch vorstellen wie das weitergeht. Allmählich wird ja im Universum der Wasserstoff knapp. Der wird ja überall verbraten. Tja wie sieht es mit der Zukunft des Universums aus? Meistens kommt da die erste Frage so aus dem Publikum das sind heute so viele meistens kommt die erste Frage wird sich das Universum denn immer weiter ausdehnen? Man kann sich doch vorstellen das ist mit dem Urknall mal angefangen der Raum hat sich ausgedehnt aber da ist ja extrem viel Masse die eigentlich immer nach innen zieht wir haben gesehen Galaxien ziehen sich zusammen Haufen ziehen sich zusammen eigentlich müssten die Massen sich nach innen ziehen und diese Ausdehnungsbewegung allmählich verlangsamen und das haben wir auch erst vor 15 Jahren festgestellt als wir genau verbessern haben wie die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums am Rande sozusagen ist das Universum dehnt sich verlangsamt nicht seine Ausdehnung sondern wir haben festgestellt dass es sich sogar beschleunigt ausdehnt seit 5 Milliarden Jahren da musste erstmal Zeit vergehen da hat es sich zunächst mal verlangsamt aussehen und jetzt dehnt es sich beschleunigt aus und um das zu erklären kommt jetzt nochmal so ein Ding was ich dann nicht erklären kann da braucht man dunkle Energie um das zu erklären die dunkle Energie ist übrigens in Einsteins Formeln schon drin das ist die kosmologische Konstante die muss man daheim fügen und dann kriegt man plötzlich ein Universum was sich beschleunigt ausdehnt also in der Formel steht es drin aber fragen Sie mich was es ist also das ist jetzt eines der ganz großen auch Themen neben der dunklen Materie die ja dazu da ist dass sich die Massen zusammenziehen die dunkle Energie hat die Eigenschaft dass die Massen auseinander treibt es ist eine Antigravitation es beschleunigt sozusagen die Ausdehnung des Universums in dem sich diese Galaxien beschleunigt voreinander entfernen dunkle Energie also muss man schon ziemlich in den dunklen Sachen muss man schon ziemlich den Überblick behalten so es wird sich also beschleunigt ausdehnen und jetzt ist die Frage wie geht es weiter vieles können wir beantworten die Galaxien werden allmählich immer dunkler die Sterne verlöschen allmählich es kommen keine neuen Sterne mehr nach weil kein Wasserstoff keine Wasserstoff Wolken mehr da sind heute werden noch neue Sterne geboren überall im Universum aber irgendwann ist das zu Ende weil der Restwasserstoff der da ist der ist viel zu sehr verteilt als dass sich da noch mal diese Wolken bilden können aus denen sich dann ein Stern entwickelt das heißt allmählich werden die Galaxien immer dunkler außerdem stoßen die Galaxien auch häufig mal zusammen das passiert schon so dicht ist das schon noch im Universum uns wird dieses Schicksal in vier Milliarden Jahren begegnen da wird nämlich unsere Nachbar Galaxie die Andromeda Galaxie wird mit der Milchstraße zusammen stoßen vier Milliarden Jahre da ist die Sonne sogar noch da aber hier ist schon ziemlich heiß also hier noch mehrere sind weiß ich nicht vier Milliarden Jahre aber dann stoßen die zusammen das heißt nicht dass die Sterne alle kaputt gehen oder so sondern die durchdringen sich und werden alle durcheinander gewirbelt wenn zwei Galaxien sich begegnen durcheinander also durcheinander gehen das heißt sie werden rausgewirbelt die Galaxien entvölkern sich dabei und das passiert relativ häufig dass Galaxien zusammen stoßen sie werden also nicht nur dunkler und sterben die letzten Sterne sondern aufgrund solcher Ereignisse werden auch häufig entvölkert gleichzeitig ist im Kern dieser Galaxie ein schwarzes Loch und das ist gefräßig also man unterscheidet sogar fräßige schwarze Löcher die haben noch viel Masse um sich rum was wir noch breit ziehen können von schwarzen Löchern aber die schwarzen Löcher ziehen also die Teile der restlichen Sterne noch in sich rein die werden immer größer diese schwarzen Löcher Universum wird dunkler dieser Prozess dass die Galaxien beginnen sich aufzulösen dunkel zu werden und so das sind etwa 80 Milliarden Jahren der Fall Frage die Physiker zurzeit sehr bewegt die Frage ob denn eigentlich der wesentliche Grundbaustand unserer Materie nämlich das Proton ob das auf lange Sicht überhaupt stabil ist das Neutron wenn es irgendwie aufgelöst wird lebt das nicht lange das hat nur 12 Minuten Halbwert Zeit das lebt nicht lange wenn es für sich allein ist im Kern lebt es natürlich gut da ist schön gefangen aber das Proton und das ist eigentlich so der Basisbestand an unserer Materie und einige Überlegungen und Theorien deuten darauf hin dass auch das Proton nicht stabil ist dass in 10 hoch 32 Jahren die Hälfte aller Protonen zerfallen sein wird das nennt man Halbwert Zeit ja was habe ich jetzt für eine komische Zahl genannt 10 hoch 32 was ist denn das das ist in Jahren eine 1 mit 32 Nullen dahinter 10 hoch 32 Jahren und wir können nochmal weitergeben wenn das der Fall ist da ist die Hälfte zerfallen also es muss noch mehr zerfallen dann in den nächsten 10 hoch 32 Jahren so in 10 hoch 100 Jahren da werden wir dann vielleicht nur noch eine schwache Strahlung in einem ungeheuer großen ungeheuer kalten ungeheuer leeren dunklen Universum haben 10 hoch 100 1 mit 100 Nullen Ich Schlusswort fast von einem zeitgenössischen Kosmologen noch vorlesen das ist nämlich der Edward Harrison der diesen Zustand dieses Universums wie es sich da in Zukunft entwickelt und immer dunkler wird mal etwas poetisch ich gebe auch zu etwas plakativ folgendermaßen beschrieben der sagt nämlich die Sterne beginnen wie flackernde Kerzen zu verblassen und erlöschen einer nach dem anderen in den Tiefen des Raums sterben die großen himmlischen Städte allmählich dahin die Galaxien die Denkwürdigkeiten vieler Zeitalter enthielten Dutzende von Jahrmilliarden sie vergehen in zunehmender Dunkelheit gelegentlich durchdringt ein Lichtschimmer die sinkende Nacht Lichtblitze verzögern ein wenig den Untergang Universums das zu einer Existenz als galaktischer Friedhof verurteilt ist ein Kosmologe der das schreibt liebe Zuhörer ich gebe zu das ist eine trostlose Perspektive aber stellen wir sich die Zeiträume und Zeitrausse vor über die weltische Rechnung also ich kann mir kaum tausend Jahre vorstellen eine Eins mit drei Nullen da waren wir so im tiefsten Mittelalter geschweige dass ich mir eine Eins mit sechs Nullen vorstellen kann das eine Million Jahre in der Zeit ist die Menschheit entstanden aber hier sprechen wir von einer Zukunft zehn hoch eine Eins mit 100 Nullen denken Sie immer daran also unvorstellbar große Zeiträume das ist praktisch und ja wenn ich Sie jetzt aber dennoch mit diesen Perspektiven naja Ihnen die Gedanken verdunkelt habe oder zumindest einige von Ihnen sehr sehr nachdenklich da sitzen dann möchte ich versuchen Sie am Ende mit einem Wort von Karl Kraus ein wenig zum Schluss hinzuhören er hat nämlich gesagt wenn alle Stricke reißen dann hänge ich mich auf liebes ruhiger ich danke Ihnen für den langen Abend